blieben das stimmt ist doch das bieb, oh Gott wer macht denn die Anmoderanz? Ach, mich juckt das netz ähm, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, 3, 2, 1, Pro. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Miro Part und ja, ich habe einen neuen Teampartner mit Lack jetzt nicht so geklappt, also habe ich jetzt den Erik, hallo. Guten Tag, ja bei mir willkommen bei Miro äh, falls ihr euch fragt warum auf einmal so ein Minecraft Projekt kommt, das ist schon lange geplant gewesen bei den ersten beiden dann war ich eigentlich auch dabei, in 10 Sekunden geht es los, jetzt wird der Counter gestoppt ok, dann halt nicht also nicht wundern, falls ihr euch nicht fasst, dann schaut euch weg so, so, guten Tag Hallo, wir kennen uns seit wie lange? 2 Tagen, kommt hin 1 Tag Ja, 1 Tag ist doch ungefähr Es ist interessant, wir haben uns auch den besten Teamnamen rausgesucht Stimmt, ja stimmt, und zwar Hashtag Bekleidungsamt Das ist, ja Genial von meiner Seite gewesen Das hast du, was hast du gemacht, du hast Anagramme gesucht oder so? Ja, ich habe, ich habe Legend und Submatik angegeben, hat dann Anagramm für gesucht und dann kam ein Bekleidungsamt raus und der S blieb mir halt immer noch im Hintergrund, warum? Ich habe es tot gemacht Achso, ich habe es zweimal offen, ja gut dann Oh Gott, 40 Sekunden Ich mache vielleicht mal ein Screenshot von uns hier im Loch, das ist super Hallo Oh, ich habe, oh, meine Hand ist was schwarzes, da ist irgendein Fehler entstanden, scheiße Mein Skin ist im Marsch, na gut, egal, 30 Sekunden Ahhhh Woher rennen wir, wir rennen nach hinten oder wo? Ach Gott, Hilfe Ja, natürlich, was ist denn hinter uns? Ja, das sind Bäume, aber ja doch, wir nehmen uns den ersten Baum, der möglich ist, ich schätze nicht Okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ach du krass Oh Gott, ich habe schon mal wieder auf den falschen Slot gewesen mit meiner Dingsleisten Naja, es gibt doch, ähm, quickie, oh, geht irgendwie doch nach rechts, geht auch einer Wir nehmen uns die Bäume da hinten am Berg, okay? Ja, ich hoffe, dass das alles klappt, warte mal, kommt einer hinter uns her? Ja, gerade nicht, nö Du kannst ja den, oh, oh, das sind noch mehr, hier ist ein Lavas, hier musst du aufpassen Ja, es geht hier Nimmst die Bäume da drüben am Rand, ich glaube, ist schon die beste Idee Mal gucken, wie lange wir überleben Ich hoffe einfach, du guckst mal kurz hinter uns, falls da jemand kommt oder so Ja, da drüben ist jemand, aber ich glaube, der kommt nicht Ist jetzt eigentlich Schutzzeit? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe, wir haben einen super Erfolg jetzt schon bekommen Ich bin ja noch richtig Warte, ich mache die Werkbank, bitteschön Ich mache dir auch ein Schwert Ja, oder zugeben, ich bin ja ein bisschen, ein bisschen nervös, so ein erstes Projekt und so Aber andererseits, ich hoffe mir jetzt auch nicht viel Warum? Sag mal, ich hole kurz essen, ja? Ja Ich bin ja nicht blind, warum schwebt das so ein Watteding in der Luft? Äh Was heißt Watte? Ich meine, Wolde Was? Ich weiß es nicht, das sieht aus wie, ist das ein fechter Test oder irgendwas? War ne, nicht gerade noch, da vorne ist einer Na, ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob wir kämpfen dürfen oder was? Ne, was ist das? Das ist an der Werkbank Das ist ein, ach, das sind Rüstungsständer? Was ist das? WTF, Alter Was geht das? Ich habe mich gerade voll Yo, ich habe schon gewundert, voll Iron, das ist ein bisschen heftig für die ersten drei Minuten Gut Ja, eben, also, oh, ein Hacker Ähm, das sind halt trotzdem noch welche Werden wir automatisch geklickt, oder? Ja, ja, keine Ahnung, das ist das, weil ich habe keine Ahnung, aber wir sollten uns vielleicht nicht Doch, doch Ach, da oben sind, super Ja, ja, sind ein paar Tiere Das war nicht allzu viele, aber genug Dann gehen wir mal auf Du kannst ja schon mal Spitzsacke machen im Ofen Habe ich schon, also Spitzsacke, aber Ofen noch nicht Dann lege ich mal jetzt Alle diese Rüstungsstände am Sporn Sporn Oh Gott, ich habe schon mehr von Essen Na gut Ich kann mit dem Sporn aber ein bisschen eingehalten, also ich hatte das anders erweitert, dass das mehr so ist wie bei Varro, aber so ist es ja ziemlich zugebaut irgendwie Ja, ich weiß jetzt nicht, woran das lag Ich weiß auch nicht, hier seht ihr mal die ganze Liste von den Leuten, die da drauf sind Äh, stimmt, ich kenne zwar nur die Hälfte Da drüben ist auch direkt Kohle, ich merke jetzt mal ein bisschen Essen zu Ähm Ja, das ist gut, dann sehr Äh, ich kann einen Ofen machen, wo ist denn die Werkpapier? Die steht noch da drüben Okay WTF, Alter, diese Was ist das? Das ist total irritiert Oh, geil, Bambus Da vorne ist ein Enderman Ja, ich weiß In der Höhle Wow, ich habe, ach doch, genau drei Bambus, nice Okay, scheinbar sind ja alle anderen weg Und wir sind hier ganz gut alleine Ja, und die Höhle sieht auch ganz ordentlich aus Wow, wow Alter In die Höhle gehe ich lieber doch nicht rein Okay Es sind drei Creepers auf einem Fleck Stört man nicht weg, ne? Ne, ne, ich stört mich Ja gut Bist du das da? Doch, doch Ich bin in so einer Schmuck Ja, ja, okay Eieieiei Gut Oh nein Aber es leckt Oh, nicht wahr? Ja, oder bin das ich? Das hat gerade ganz kurz geleckt Hier ein 50er-Ping habe ich gerade vorhin Weil bevor es gestartet hat, war der schlechter Da hatte ich schon ein bisschen Sorge Aber momentan geht's Okay Ähm Ich hole mal die ganze Kohle weg Einfach nur weil Baum Ja, aber wir fahren dann auch erstmal ein bisschen Holz Und gehen dann Ja Und sollten dann trotzdem so schnell wie möglich runtergehen Ja, wäre ganz gut Aber Essen dürfen jetzt erstmal genug haben Ich hoffe mal Ja, wir dürfen schon genug haben Was ist das für ein fliegendes Zuerst ne Alter, warum piepst ein Teamspeak immer noch? Das fällt mir jetzt Aber es tut mir leid Ich habe alle meine Teamspeaks, die ich offen habe, gemutet Ich habe einfach Teamspeak in der Regel gemutet Ja, habe ich ja gemacht Ich habe einfach Drück, ja Kein Ton Alter Was sind das für Schwamm-Dinge? Alter Gott, Alter Erschreck mich nicht so So Ich habe jetzt schon mal Fast drei Level Sehr gut Können wir schon fast verzaubern Ja, ähm Kannst du schon mal einen Ofen aufstellen? Äh Wenn ich die Werkbank hätte Wie viel Holz hast du mir im Moment ja? Gar kein Ja gut Dann lass die da hinten nehmen Entschuldigung Dann Bau mir drei Steine ab Dann gehe ich ein bisschen Holz fahren Ich kann ja auch einfach eine Dings Ich habe ja gar kein Holz Ah hier drei Steine Oh Das Hähnchen gleich hinterher Ja, das Hähnchen da Dann kannst du aber hier schon mal einen Ofen aufbauen Ja, jetzt fehlt mir dann noch ein Stein glaube ich Äh, aber den hole ich mir Huch Ich hatte noch ein bisschen mehr zum Inventar Das passt dann Aha, genau Wir sollten vielleicht ein paar Regeln oder so erwähnen Ach Quatsch Ja, es ist verboten Ähm Und zwar ein paar Verzauberungen Ein paar Items Pferde sind verboten Ist eigentlich klar Dass die verboten sind Hm Was ist noch verboten? Ähm Ich weiß nicht OP Goldapfel Ist verboten Ich glaube alle Tränke bis auf Heilung Ich glaube sogar alle komplett Nee Also Gifttränke sind übel OP Das ist glaube ich nicht erlaubt Und äh Soll wo jeden Tag eine Folge kommen? Wann überhaupt? Also gibt es da eine festlegte Zeit oder ist das egal? 13 bis 17 14 bis 17 Uhr So mein Standard den hier zu sein Okay Dann Keine Ahnung Schauen wir mal Äh Heute ist Was für ein Tag ist denn heute? Samstag? Ähm Ne, heute ist Dienstag Ja aber ich meine jetzt Ne Die Folgen ist aus der anderen Und Boah Und machen wir es denn immer so 16 Uhr einfach oder so Ich weiß nicht ob 16 Uhr das Server ab Achso Mit dem Hochladen Ja 16 Uhr kommt hin Okay Also jeden Tag 16 Uhr Mal gucken Vielleicht auch nur zwei Tage Ist man tot Kann aus sein Also ihr brät gerade schon Ja ja Ich habe mir schon was genommen Danke Ich wollte auch noch was Nein Ja das wollte ich noch nicht nehmen Warum habe ich plötzlich noch ein Holzschwert? Weil ich dir das hingeworfen Vor Jahren Achso Weil ich wollte eigentlich noch ne Jetzt ist meine Hacke kaputt Nice alter Hier sind es gar schon Äpfel gespawnt Hm Hey und zwar Einer Zwei Immerhin haben wir hier ein ganz ruhiges Pätzchen gefunden Ja ganz gut Ich glaube alle haben so gedacht Ja ja Lass mal nicht hierbleiben Muss man weiter weggehen Achso Nur auf jeden Fall Dass gerade jemand zuschaut Oder gar keinen Plan Der was hier gerade abgeht Äh Das ganze ist äh Gut Varo ist das schwer zu erklären Es ist einfach ne Wiese große Äh wir sind hier 13 Teams Oder warte ich 13 Teams A zwei Spieler Genau Und ja Jeder bekämpft sich Bis der letzte übrig ist Richtig Und das ist ja Ich war in Waro war ja ganz populär am Anfang Aber ist ja dann immer weiter abgesunken Auch mit Waro 4 und so Hm Weil es ja auch irgendwie langweilig wurde Weil irgendwie drei Teams oder so nur gefarmt haben Ich habe zwei oder drei nicht aktiv verfolgt Hm Aber irgendwie sowas war doch da Und ja Wenn du vorbeikommst habe ich ein Steinschwert für dich Nur für den Ernstfall Okay Kann ich ja mal hier in den Eingang reinlegen Kannst du machen Und ja Egal auf jeden Fall Wir bekämpfen halt bis zuletzt überlebt Und der hat dann gewonnen Genau Und ja Und ich versuche die Folgen Also wir müssen natürlich auch Farmfolgen machen So kann man das natürlich nicht sehen Weil Ohne Farmfolgen kommt es halt leider nicht aus Aber ich werde das extra kennzeichnen Im Titel Wenn es eine Farmfolge ist Ja okay Mach mal so Ich schreibe ja einfach noch Ganz Ich schreibe dann in Klammern vor die Folge Farmfolge Damit die guten Zuschauer wissen Aha Und wenn die es ja angucken wollen Dann tue ich einfach ein bisschen Musik hinterlegen Das passt schon Ja Sowieso Okay Ach hier das ist das Schwertchen Danke So ich habe jetzt nochmal noch ein bisschen So Ja Vielleicht gleich warum Warum brauche ich hier gerade Steine ab eigentlich Wo keine Ahnung Ich weiß nicht Äh vielleicht Spitzacken oder so Aber ich habe schon eine ganz gute Höhle gefunden eigentlich Ach so wollen wir da hin reingehen Nö da war jetzt auch nichts so stuff Ähm Du hast auch noch Erde oder Oh lol Alles klar Hast du noch Erde? Gibt es nicht über die A6 Was war das? War das jetzt ein Key von einem Spieler Oder Ist gestorben Also ich weiß nicht Ach Creeper Okay Machen wir das Wow ich habe russische Tastatur an Nice Da ist jemand Sneak Oh warte mal Ja ich habe nämlich auch gerade kurz gedacht Ich habe gerade nämlich ganz kurz was gesagt Hä oder warte Das wäre noch irgendwie Also So ein lebendiger Rüstungsständer oder so Ja das ist sicher scheiß Rüstungsständer alter Hat der einen Namen? Ja der hat einen Name Tag Oh Gott Alter Jo Okay Ähm Wer Okay ich habe jetzt ein bisschen Holz Hier Okay Was machen wir denn da was? Naja Spitzack Ja ich habe auch einen Stack Ähm Gibt es nur mit drei Steinen bitte? Kannst du sogar sechs sagen Oder zwölf Oder wie auch immer Wie viel ich dir gerade gegeben habe Sechs Okay Es hat Gelegt Weißt du was ein Zufall ist Der Mario Bros. Creeper 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 Auch stirbt Durch einen Creeper Machst du bitte fackeln Ich weiß Ja Wow WTF Das ist mal mega bug using Was ich hier gerade betrieben habe Das Ich grab mich jetzt nicht zu der Höhle Die ich dort gesehen habe Also nicht objektiv zumindest Ich habe jetzt nämlich zweimal R5 gedrückt Und auf einmal kann ich hier in diese Köhle gucken Ich habe jetzt eine Höhle gesehen Aber ich grab mich da jetzt nicht Danke Objektiv hin Wir spielen übrigens auf der 1.8 Ja Und ich liebe die 1.8 Ja Da ist ein Name Da ist ein Name Sneak Da ist ein Echter Der Rote Baron Was ist Der geht aber weg Okay Der Rote Baron Warum sind hier Silberfische? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Als ob hier jetzt das End ist Oder Oder warte Sind wir hier In welchem Bion Sind wir hier? Ich will jetzt nicht auf F3 drücken Ich bin jetzt ganz ungern ins Lieben eigentlich aber Ich habe sowieso nicht zum Zubauen ist egal Wenn er hier reinkommt gibt es keine Party Aber ist er allein unterwegs? Keine Ahnung Aber ich hätte jetzt trotzdem nicht zu gegen die Höhle zu finden Naja Stimmt Ich sehe überall einen Nehmtags und ich weiß nicht ob ich mir das einbilde oder Ich glaube das bildest du dir ein Gut Oh wir haben nur noch 3 Minuten ich habe mich gerade ganz kurz erschrocken Ja ich wusste gerade auch nicht so genau Schon echt dann schon vorbei? Na gut denn noch hin Hat es ja doch noch geklappt bevor ich weg muss gleich Ja Weil es gab erstmal eine halbe Stunde Verzögerung oder so Nicht schlecht Das ist aber normal Das musst du Und der Server lag ein bisschen Egal Alter das war einfach nicht so witzig Es ist normal dass du sowas Verzögerung hast Sowas kannst du nicht genau um die Uhrzeit starten Das musst du dir da so ein bisschen im Pensum einberechnen Ah ne Pensum ist das falsche Wort ein bisschen Ähm Zeit lang Ja Zeit lang Wenn man es deutsch sagen will Ja 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 Okay So Noch mehr Kohle Ich hätte jetzt aber gern Eisen Ich brauche noch ein bisschen Kohle Ich höre überall Zomkies Ich habe glaube ich feindliche Monster aus Aber kannst du oben das Essen bitte holen Das habe ich schon alles rausgenommen Oh hier ist die Höhle die du glaube ich gesehen hast Die habe ich aber jetzt durch Rendementen Ne ne die Höhle war viel weiter oben nicht gesehen habe Oh No immerhin Ja so nice Hier ist Eisen Hahaha Nice Hä Wer mich nicht immer mal gekickt Ach in drei Minuten Ach in drei Minuten In drei Minuten nicht drei Sekunden Ich dachte in 30 Sekunden Ja Drei Minuten vor Na gut immerhin Hein Dores war ein Creeper Na 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 Lieber nicht Dass schon mal jemand gestorben Ja ja aber Ich glaube nicht dass du daran auch stirbst Ja wer weiß Also ich habe aber für Fay schonmal 3 Eisen das schon mal gut ich hab fünf wenn ich mich jetzt nicht verrechnet hab hallo du kannst dein eigenes Teamkameraden nicht angreifen das ist schon mal sehr praktisch ich hätte gedacht es geht eigentlich hätten die gesagt es geht wo ich glaube ich halte Schlucht ich weiß auch wo du die ganze Zeit zum Besuch in der Schlucht ja fast okay ich hab feindliche Kreaturen wirklich aus vielleicht soll ich sie trotzdem mal anschalten Alter was ist denn dahin in der Höhle ähm in einer Minute so wir sollten uns so einander finden und wir kommen zu mir wo du vorhin den Küper gesehen hast oh hier ist noch mehr Eisen warte ich bin jetzt gierig das will ich noch haben oh ja hier ist gut Eisen komm mal her oder wo bist du ja warte hier sind fünf Eisen oder so das ist nicht schön okay jetzt komm mal her und ich bin ja hier denn ich glaube wir haben da etwas Größeres entdeckt oh sehr schön guck doch oh hey cool okay jetzt kommen erst kurz wie ich darüber oh so okay dann scheint das wohl unsere unser über unser Grunde bleiben ist folgt wir sind schon bis vorne ne doch you don't ne was ist hier drin goldener Apfel ne doch never doch guck warte yes und das noch Eisen yeah nein hast du den eingesammelt ich weiß es nicht oh nein oh was nein bitte nicht das kann nicht sein oh nein ich kann keine Folge mehr aufnehmen wir können das nicht nachgucken das stimmt aber gut Leute ich sag danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss macht's gut tschau